Hallo zusammen, heute seht ihr eine Blond-Veredelung mit den Hotshots von ASP. Zuerst setze ich feine Highlights am Oberkopf und im Konturenbereich. Danach arbeite ich Hotshots Sandblond in das Handtuch trockene Haar ein und lasse diese 15 Minuten einwirken. Hotshots ist eine pflegende Tönung und kann eine Weißabdeckung bis zu 20% erzielen. Dieses Produkt ist besonders schonend und eignet sich ideal für Farbauffrischungen, Blond-Veredelung oder auch zur Optimierung des Naturtones. Schia Butter und Arganöl pflegen das Haar zusätzlich und verleihen einen fantastischen Glanz. Ob für leuchtende oder natürliche Effekte, Hotshots ist vielseitig einsetzbar. Auf Wiedersehen. 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 Auf Wiedersehen.